Liebe YouTube und Wandergemeinschaft, mit diesem Video möchte ich offiziell bekannt geben, dass es auch 2024 einen OMS Community Wandertag geben wird. Die leider bei trübem Wetter entstandenen Aufnahmen, die ihr in diesem Video seht, stammen vom Probemarsch mit dem Eifelbomber. Das komplette Video samt Übernachtung im Lost Place findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Auch dieses Jahr wird die Route des Wandertages durch die traumhaft schöne Gegend um Kochem an der Mosel führen. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme eine sehr große Portion Kondition von euch voraussetzt. Die Strecke hat rund 24 Kilometer mit 820 Höhenmetern mit teils sehr steilen Anstiegen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das schaffen könnt, dann nutzt die Zeit bis zum Wandertag, um ernsthaft zu trainieren. In diesem Jahr wird der OMS Community Wandertag verpflegungstechnisch weiter ausgebaut, sodass ihr nur mit einem gefüllten Trinksystem an den Start gehen müsst. Es wird zwei Verpflegungsposten auf der Strecke und einen im Ziel geben. Der Marsch findet statt am Samstag, den 31.08.2024 und beginnt um 8 Uhr früh. Im Anschluss an den Marsch wird es dieses Jahr erstmalig eine optionale Party mit Speis, Trank und Musik geben, auf der wir den Wandertag gemeinsam bis in die Nacht ausklingen lassen können. Daher empfehle ich euch, euch frühzeitig um eine Unterkunft idealerweise in Klotten oder Kochem zu kümmern. Auch dieses Jahr wird es nur eine begrenzte Anzahl von Tickets geben. Die Preise gestalten sich wie folgt. Das reine Marsch-Ticket kostet 36 Euro bzw. 34 Euro für Kanalmitglieder. Das Kombi-Ticket zur Teilnahme an Marsch und Party kostet 70 Euro bzw. 68 Euro für Kanalmitglieder. Bitte beachtet, dass es keine reinen Party-Tickets gibt, da die Party dazu dienen soll, die Erlebnisse des Wandertages gemeinsam Revue passieren zu lassen. Eine Ausnahme gibt es jedoch für Begleitpersonen von Marsch- und Partyteilnehmern, die selber nicht am Marsch teilnehmen können. Sie zahlen 34 Euro für die Teilnahme an der Party. Kinder bis 12 Jahre zahlen generell die Hälfte. Der Ticketverkauf startet am Sonntag, den 4.02.2024 um 18 Uhr. Bestellungen vor diesem Zeitpunkt werden nicht berücksichtigt. Um eure Bestellung mit Ticketart und Anzahl aufzugeben, schreibt ihr mir eine E-Mail an omscommunitywandertag2024 at gmail.com Damit ich optimal planen kann, schreibt ihr mir auch unbedingt, ob ihr Vegetarier seid. Eine Rücknahme der Tickets ist ausgeschlossen, jedoch unterstütze ich euch gerne beim Weiterverkauf, wenn ihr doch nicht teilnehmen könnt. Ich freue mich auf einen ereignisreichen OMS Community Wandertag 2024 mit vielen netten Gesprächen, altbekannten und neuen Gesichtern, ordentlich Höhenmetern und einen gelungenen Ausklang auf der Aftermarsch-Party.